Ja, wir stehen jetzt hier vor neun verschiedenen Produkten, die wir heute in 4.000 Tüten packen werden, mithilfe von 160 freiwilligen Mitarbeitern. Auf in den Kampf! Wir sind jetzt zum vierten Mal dabei, weil es einfach Spaß macht und es macht Freude, wenn man anderen helfen kann. Es ist immer toll, Kollegen hier auch zu treffen, gemeinsam was Gutes zu tun. Das ist einfach eine tolle Aktion. Und man sieht auch mal Abteilungsübergreifen, die Leute und arbeitet mit denen zusammen, macht auch ein gewissen Zusammenhalt. Und ich finde, wir können alle einfach ein bisschen zurückgeben, wenn es uns gut geht. Alle sind am rumrennen und ich hätte nicht gedacht, dass so schnell der erste Lkw voll ist. Voller Einsatz, so gehört sich das. Mensch, wie ich es kenne. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich in das Werk reinkomme, querbeet, ob der Schlosser oder der Büroangestellte oder gar die Geschäftsleitung. Jeder schnappt sich eine Tüte, die mit Eifern um die Wette, wer die meisten Tüten packt. Es ist ein ganz tolles Event. Mein persönlicher Lieblingsmoment ist eigentlich zu sehen, wie die Leute dann arbeiten und Spaß haben miteinander, reden miteinander in Kontakt kommen und man dann wirklich sieht, welches Engagement bei der Sache ist. Es ist nur mein 3. Tag hier in John Deere, aber ich fühle mich schon als Teil der Familie, mit allen hier arbeiten. Ja, ich finde es gut, dass John Deere so etwas macht, dass sie sich sozial engagieren und dass es nicht um das harte Geld geht. Es ist vollbracht, es war großartig. Heute Nachmittag das Engagement, Ratz, Fahrzeuge, heute Morgen alle happy. Daumen hoch. John Deere hat deutschlandweit sechs Standorte und in den Standorten wurde diese Aktion zeitgleich gemacht. Wir in Mannheim haben jetzt 4.000 Tüten gesammelt und die werden wir jetzt an 17 Tafeln in der Rhein-Neckar-Region in Mannheim verteilen und dann wird es sagen, fangen wir an. Also hier vor Ort bei der Tafel sieht man ganz viele dankbare Leute, die begeistert in die Tüten gucken und ich glaube jeder, der das erleben kann, der weiß, dass es wirklich die Aktion wert war und jede einzelne gepackte Tüte. Von daher vielen, vielen Dank an alle bei John Deere, die mitgemacht haben. Dankeschön euch. Vielen Dank. Danke. Wunderschön. Danke. Großen Dank für das. Tschüss.